Hey Leute hier Fu vom Team Holzbein. Heute hat das nächste Humble Bundle Event gestartet und ich wollte nicht warten und euch gleich die nächste Ankündigung bieten. Dieses Humble Bundle Event bietet diesmal sieben Spitzen Indie Titel unter anderem Shank 2 Indie Game The Movie, Closure, The Binding of Isaac plus Wrath of the Lamb DLC, Snapshot, The Legend of Grimrock und Dungeon Defenders inklusive DLCs. Es sind auch die Soundtracks dabei. Also Leute unterstützt das Humble Bundle Event, schaut vorbei, kauft euch vielleicht Spiele. Als Special von uns für euch bei diesem Humble Bundle werden wir vom Team Holzbein mindestens ein Paket an euch weitergeben. Was ihr dazu machen müsst? Ihr müsst Abonnent sein, müsst das Video liken, einen Kommentar schreiben. Ich werde dann alle Kommentare in eine Tabelle eintragen, werde dann mittels Random ORG die Position ermitteln und damit den Gewinner ermitteln. Das Gewinnspiel läuft bis 27. Dezember, das ist nächste Woche Donnerstag, also nach den Feiertagen. Ihr habt also eine Woche Zeit, um die Bedingungen zu erfüllen und wenn die Teilnahme sehr groß ist, wird es vielleicht auch mehr als ein Paket geben, mal schauen. Noch kurz am Rande als Information für euch. Heute hat nicht nur das nächste Humble Bundle Event gestartet, sondern auch die Steam Holiday Sales. Es lohnt sich echt, schaut vorbei, viele Verbilligungen. Da kann man nichts falsch machen. Gut Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau.